Mehrfachrentner. Nur einmal Energiepreispauschale zum 1.12.2022. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir bekommen ganz, ganz viele Fragen zum Thema Energiepreispauschale und deshalb haben wir ein FAQ veröffentlicht auf der Internetseite von Rentenbescheid24.de und da haben wir, glaube ich, 15 oder 16 Fragen beantwortet, die immer so allgemein reinkommen und wir haben die wichtigsten Fragen hier beantwortet zum Thema Energiepreispauschale. Unter anderem auch wieder eine Frage, mein Mann ist vor kurzem verstorben und ich bekomme jetzt zwei kleine Renten. Bekomme ich die Pauschale zweimal auf die Rente oder nur einmal? Das wäre sehr freundlich, wenn ich eine Nachricht erhalten würde mit vielen Grüßen und so weiter. Also Mehrfachrentner, das heißt also die, eine Altersrente oder eine Witwin- oder Witwerrente erhalten oder eine EM-Rente und eine Witwin- oder Witwerrente erhalten, diese Mehrfachrentner bekommen nur einmal die Energiepreispauschale am 1.12.2022 ausgezahlt. Das ist die klare Rechtslage nach den entsprechenden Vorschriften zur Energiepreispauschale im Einkommenssteuergesetz. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de oder Sie lesen bitte mal unser FAQ auf rentenbescheid24.de zum Thema Energiepreispauschale. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.